Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und heute spiele ich zusammen mit dem Flo ein Normal Game. Ich spiele den ADC mit Caitlyn und der Flo supportet mich mit Timo. Und jetzt wollen wir mal schauen wie das so läuft. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Zuschauen. Loll, habe ich das irgendwie richtig gesehen? Haben die Gegner offenen hier im Jungle? Ja. Was haben wir denn? Ash und... Was werden wir noch haben? Volibear? Was? Was werden wir noch als Gegner haben? Ash und... Volibear? Ich blick's nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht was da los ist. Total Russen-Team wieder. Total Russen hier. Irgendwie haben die... Hm. Irgendwie haben die... Na? Woli? Wir könnten Fünfe auf Top gehen. Bis auf Ash. Blink's, 2, 3, 4... Boah, ich cover nicht. Ich stelle mich gleich bei denen in den Busch rein. Vielleicht kann ich gleich mal ein paar Dinger reindrücken. So ein bisschen Maschinengewehr-mäßig, wisst ihr? Im Unsichtbarkeitsmodus hier. Hm. Ja, wirklich kapieren tue ich das nicht. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Versammlung. Was die vorhaben. Von der Combo her. Also normal würde ich sagen... Gnar Midlane. Heimerdinger. Äh, Gnar Toplane. Heimerdinger Midlane. Jo, Volibear Support. Denk ich mal. Aber dann auch mit Entzünden. Find's schon mal witzig, dass wir überhaupt keinen Jungler haben. Ey, das sind solche Spasten, warum die sich da nie einig sind. Wieso? Ey, wir haben hier ein Set. Guck mal, wo der rumhüpft. Guck mal! Ha! Guck mal, was der wäre! Oi. Da kann er doch auch gleich in der gegnerische Base gehen. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh, jetzt geht's wieder ab. So, und was macht der Yi da drüben? Der ist bei denen in... Ich weiß nicht, was die machen. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich bin verwirrt. Eigentlich hätten wir uns sofort invaden können. Ja, hat aber keiner davon was gesagt. Ach, also mal gucken, was passiert hier. Ja, geht ja schon los hier. Ja, ja, das wird bestimmt vielleicht witzig. Pass mal auf. Ey, keine Ahnung. So, ich geh mal auf a Lame. Ja, ja. Viel Spaß. Oh, jetzt kommt eine Ash. Ja, eine Ash. Eine heiße Spur. Nur, die hat gleich mal ein paar verklettert gekriegt. Oh, mir hat sie hier so'n Pfeil hingeschossen. Nächsten kriegt's auch. Oder Wolli. So, bitte. Bin ich etwa schneller als mein Schatten? Ach. Komm, komm, komm. Nee. Da haben wir gleich. Oh, wir haben gewartet. Oh, hier, der Wolli kassiert. Der geht gar nicht weg. Ich habe das Werkzeug für den Job. Ja. Er ist nur noch dort ist das Leben. Was machen denn die? Ach, mir macht Spaß. Ja, läuft. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Ich mach mich jetzt wieder unsichtbar, dann wird's ein Kölger. Also bleibt meiner Nähe. Die kommen aber nicht, oder? Ja, lassen wir mal ein bisschen ankommen. Die kommen dann. Ich versuch's ja. Die wollen's wissen. Ich stell mich hier mal hin, dann läuft da eine Falle. Irgendwann ne Bulli? Oh, der kommt nicht. Ach. Ich geh wieder Buschtaktik. Die wollen gar nicht kommen, ey. Ja, was wollen sie denn machen? Wir haben weder kein Leben. Jetzt krieg ich da noch mal einen. Alter, der geht gar nicht back. Krieg ich da noch einen. Voll die Agro-Maschine, ey. Naja, mach deinen Scheiß. Bei mir hier rein, du sitzt nicht englisch. Ja, mein Gefahren ist im Moment total schlecht. Aber das macht nichts. Poli muss back. Easy. Die sind voll lustig. Braust du dich? Was kommt davon? Die Typen gleich ab hier. Die sind voll lustig, die Kerls. Oh, hier. Oh, die Esch hat schon einen guten Form. Ehrlich? Also im Gegensatz zu dir. Dafür kriegst du erstmal einen von Hut. So. Ja, ja. Die hat nämlich eine Form von 8 und du hast 17. Oh. Und da hast du gedacht, deine Form ist scheiße. Ja, eigentlich schon. Das kann ich nicht auf die Basalen-Olas mit. Ja, ich weiß es. Ich hab doch jetzt hier meinen Ultraschuss. Komm ich aber nicht ran. Schade. Doch, jetzt. Batsch. Kriegt Sinn. Komm her. Schade. Oh, ich dachte, die macht's mit, eh. Ja, ich dachte auch, sie kommt. So, soll ich flashen uns, eh? Ah, ne, dann wohl hier. Jetzt muss man, jetzt muss man nicht. Der will's gleich wissen. Naja. Oh, da darfst du mal ein paar Seiten hin. Na, gekickt, jawoll. Der will's. Oh. Hör auf, die wohl nicht an meine Falle. Weil mich bin unsichtbar und kriege trotzdem die ganze Zeit mein Gold. Das ist das geilste, eh. Jo. Oh, du hast Platz aber für die Gegner. Oh. Jetzt sagst du mir nichts von deiner Ultra-Aktion. Jetzt musst du mir nichts von deiner Ultra-Aktion. Er hat aber geflasht, jetzt muss er definitiv weg. Hm. Ach komm, ich pushe hier ein bisschen, was wir jetzt tun. Äh. Passiert einen nach der anderen. Ja, der ist cool. Der hat nur Reaktion. Lecker, ey. Ja, ich mag den Bulli. Ja, jetzt hole ich ihn. Easy eher. Nein, das ist er wirklich. Ich muss schon sagen, also ich hab schon manchmal ein bisschen Spaß bei dem Spiel. Hör auf, komm. Hör auf, komm. Mach. Aber der ist ja wirklich, der bewegt sich ja gar nicht. Hör auf, komm. Nö, der hatte irgendwie Bock drauf zu kassieren. Der hat mich auch gerade angeschrieben. Bitte hau mir richtig eins aus. Oh, Mensch, warum sehen die mich immer hier? Aber der ist ja immer noch gewordet. Aber die waren doch schon ewig nicht mal hier in dem Ding drinne. Hm. Vielleicht haben sie einen super geworden. Genau. Oh, jetzt ist es wieder da. Jetzt dürfen wir, jetzt können wir einpacken. Die Entdeckung, es ist da. Oh, die hat es zwei Heldrenkel gekauft. Oh Gott sei Dank, hat sie nicht bein-schiedendes Glasargos gebaut. Ja, jetzt weiß aber wo du bist. Hier, von hinten kommt ein Yi. Flo. Oh, nicht gut. Da kriegt er erstmal welche. Oh, die kriegt gleich welche mit. Boom, Kopfschuss. Oh, krieg da noch mal einen. Oh, jetzt hab ich den Superschuss wieder. Bäm. Ich habe das Wert. Och jie. Och jie. Kein Mal nach. Guck mal, die kann gar nicht fahren, ey, das ist so mies. Was kann ich dafür? Sag du einfach, dass du den besten Supporter der Welt hast, dann bin ich doch schon zufrieden. Machst doch gar nichts. Ja, deswegen ja. Das reicht schon. Allein, wenn meine Präsenz reicht. Ach so. Ja. Du, ich geh mal zurück, ja. So, mach das, ich hälte kurz zur Stellung. Ich kann eh nix passieren. Kann mir Beinschienen des Berserkers holen. Er hält bloß die Fresse, ich kann's nicht hören. Hier, der Jesus zum Gebüsch. Oh, scheiße. Jetzt sieht sie dich, oder? Oh, da hätt sie dich fast gekriegt. Nicht übertreiben, Flo. Genau. Ist doch gut, bleib doch ruhig, ich hab doch alles im Griff. Ja, ich wollt's nur sagen, ich kenn dich, ja. Alter Agro-Maschine, du. Boah, ich brauch meine Schienen des Berserkers, ey, ich komm überhaupt nicht voran. Lass dich nicht Allzeit erwischen. Ey, halt! Sam, geh mir bloß nicht auf den Geist mit dem Scheiß, ey. Loll, Volibear war gerade Top-Lay. Ich hör immer nur Beinschienen des Berserkers, mehr höre ich nicht. Habe ich gerade gesehen. Oh, dem Willi, ich kann mich nicht mehr ran. So ein Ärger. Äh, soll ich überhaupt was kaufen? Ich mein... Ach, wir sind hier eh gleich, du dich. Ja, ne, brauchst du eigentlich nicht. Ich hab 1000 Gold, jetzt geh ich mal weg. Boah. Oh, da war Voli gerade. Ach, kommt er wieder zurück? Ja, ich wissen nicht, was er so richtig vorhat. Ist nur, dass er übelst Laune macht hier gerade. Geh ich mich auch ein bisschen verstecken hier. Ah ja, da kommt er, ich sehn. Dann lass dich erstmal schön in der Falle hier rein tapsen. So. Machst du richtig rum, das machst du richtig. So, der Pilzeflug kommt auch. Oh, wir sind ja durch meine Falle. Ist aber gemein. Blöder, Volli, blöder. Es geht gleich wieder nach hinten, du ist hier alles, ha? Komm, bin ich mal nicht da. Ja, ja, da funktioniert nix. Ne, das Problem ist jetzt, trauen Sie sich plötzlich wieder was. Ja, das ist doch gut. Was macht denn Volli seine Ulti eigentlich hier, dass ich mich gleich mal ein bisschen drauf... Oh, oh, oh. Oh, die haben schon Beinschienen, dass Berserkers bestimmt. Deswegen kommen die weg. Dem Volli seine Ulti. Ach, die macht nur so Blitze, so eine AOE-Damage. Nichts besonderes. Also total unnubkack. Ja, ist nichts besonderes. Finde ich die passive tausendmal besser. Ey, die will ein Duell mit mir, ist das geil. Ach komm. Boom! Headshot! Oh, wir müssen aufpassen, wo die Scheiß bei Salen nicht immer... Wenn die Pilze rein Ding sind, die sollen ja eigentlich die Gegner abkriegen. Wo stellst du denn die Pilze hin? Wenn du so einen Busch stellst, dann darfst du halt nicht aus dem Busch rausballern, ne? Logischerweise. Ja, ist klar, aber... Ich bin ein bisschen heiß, wisst ihr? Ja. Wollen wir mal den Tower niedermachen, dann holen wir uns den... Dann gehen wir kurz einkaufen. Nein, ich hab nur 400 Gold. Wir müssen noch wenigstens einkillen. Und lass uns noch ein bisschen junglen gehen. Wir haben noch keinen Jungler. Der Red Buff, der steht da die ganze Zeit so blöde rum. Warte mal, ich will noch hier hinten einen Pilz reinsetzen. Vorher kann ich hier nichts anderes machen. Wenn ich dort der Pilze floh... Oh, ich hab noch einen. Aber ich geh trotzdem hinten rum und komm da hin. Damit ich noch ein bisschen Lifestyle habe, wenn du weißt, was ich meine. So. Na, hauptsache holst du nicht gleich über Beinschienen des Bersagos. Aber den Anfang hab ich schon mal gemacht. Ich hab mir schon mal die Stiefel geholt. Naja, da sag ich ja nicht mal was dagegen. Ich hab ja kein Problem, wenn du die durch die Stiefel holst. Aber hol dir nicht immer als erstes Beinschienen des Bersagos. So. Ähm, schaff ich Red Buff alleine so? Hm? Ja, warte, warte noch auf mich. Ich helf dir. Ich schläge den Pilz hin wenigstens. Kannst ein bisschen kiden. Dann leg ich auch so eine geile Falle hier. So. Oh, die beste der Welt. Äh, ja. Ich glaub, da haben sie keine Chance. Ich schläge genau die Falle in den Pilz rein. Oh, yeah. Scheiße, da kommt der Zett. Was will der denn? Oh, Mann, jetzt hab ich den Scheiß Red gekriegt. Hm, 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 hm. Das Gift? Das Gift? Einmal mit Profis zusammenarbeiten, ey. Ja, macht nix, macht nix. Bis gleich. Oh, jetzt, die sind voll da. Hier. Los, Damage. Da komm ich doch nie hin. Oh, was die kriegt? Das sind meine Falle. Naja. Der Pilzeflur hat auch grad wieder zugeschlagen. Das Mies-Eck gegen zwei Range, ey. Komm, komm. Ja. Oh, lol. Oh. Ich hab' die dann hier gegeben. Nice! Nice! Yeah! Gott, mach' nur die alle eher. Hahahaha. Wissen gar nicht, wie das Spiel geht. Hahahaha. Warte, noch im Pilz, da geh' ich wegen, wo es lang geht. Pils, 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 Pils. Pils, 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 Pils… Pils, 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 Pils. Pilze, 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 Pilze. Pilze, Pilze, Pilze. Er ist der Pilze, Flo. Ah ne, ich kann noch nicht back. Oh, noch. 10, oh wohl, 10 Gold, lol. Wenn nicht, Bruder hab ich so. Pilze, 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 Pilze. Pilze, Pilze. Was? Je killed je. Toll. Oh, je killed noch irgendwas. Stopp sieht nicht gut aus. Oh, der Knar hat Benji in den Bersagos verloren. Verdammt. Kambon baust du nie so gut wie der. Pfff. Ach, scheiße, jetzt hab ich ihn gar nicht mehr gesehen. Das hat er dann schon alles. Ah, da ist er. Äpp, da. Loi. Also, als Knar hab ich gemerkt, holt man auf jeden Fall als erstes Klinge des gestürzten Königs. Das ist A und O. Und Pilze. Oh ja, hier, Bäm. Er hat er schon den ersten. Da, fast den zweiten. Den ersten Pilze hat er schon. Breden kriegt er auch noch. Was sehen. Lass ein bisschen kommen, bitte. Ich bin hier unten gerade, unsichtbar. So, entschuldigung. Na gut, aber lass uns. Jetzt kommen sie. Ja, drauf, drauf, drauf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Spielt der überhaupt noch mit der Rolli? Ja, jetzt bewegt er sich glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wollen wir nochmal bei denen in den Jungle gehen? Vielleicht finden wir die. Ähm. Rettkern und Blue. Den nehmen wir erst mit hier. Oh. Ja, hier. Hier, hallen wir. Ah, Mist. Oh, der hält sich schon wieder hoch. Das Ding läuft zurück. Oh, da kommt die Ash. Der kann doch nix. Da ist er. Die haben Blue. Au ab. In die Grenzen. Oh. Ne, ich kann nicht. Du musst ran. Ne, ging nicht. Aber der Z kann abgestorben. m nene ich staub ab hehehehe hehehehe pilze 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 haha ja alter aber ansonsten läuft nicht so ne das ist mir scheißegal aufzunehmen macht Spaß Joa, das läuft auf jeden, würde ich schon mal behaupten. Aber ich weiß auch, ja ist ja gut mein kleiner. Pilze, 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 Pilze. Du hast schon zu viele Pilze genascht oder was ist hier los? Ja, ich weiß alles, macht grad bisschen Laune, muss ich sagen. Das ist mein doch ein paar Pilze, 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 Pilze. Setz Blutrausch. Oh, Setz, Setz, oh, wer macht denn die Kills bei den Gegnern? Wer macht denn die Kills bei den Gegnern? Der Yee, Heimerdinger und Gnar. Ja, gut, der Knagel. Ja, Heimerdinger 2 zu 50. Ich glaub das. Aber er hat zwei Kills. Jetzt kriegen sie ein Set. Joa, bleib du mal und ich geh hoch. Ich geh hoch. Ah, ich wollte hochgehen ihm helfen. Da kannst du tauren, nur mit erhalten, bleib ich unten. Ja. Er schluss ja auch mit. Verfehlen ist... Jetzt kann doch nichts mehr schief gehen, jetzt hab ich Beinschienen des Berserkers. Nein, Ram, mach bitte nicht. Oh, Wolli ist auch hier. Jetzt geht's scharf. Yeah, jetzt kann der Spaß beginnen. Ey, warum läuft die nicht noch ein kleines bisschen nach unten? Die steht mich so kaputt lachen. Ah, die baut richtig esch, gell? Toll. Oh, hier. Ich glaub Heimerdinger kommt zu dir. Der macht nix, bin und sich froh. Da kann nix passieren. Das ist nice. Haut nur auf die Esch. Aber unser Dingers scheint keinen Bock mehr zu haben hier. Ja. Sterben. Na, der Hutzi Zett. So, ich kann mal gucken was mein Red sagt. Ah, Heimerdinger geht wieder Mitte. Oh, was geht denn da ab, ey? Oha, dammit. Komm, ich komm dir entgegen. Na, kann ich aber nix machen. Lass nur ihn holen, die Sau. Ich komm. Oh oh. Ne. Nein! Lol. Alter. Ash kriegt nichts auf die Kante, wa? Aber die Ulti, die trifft. Lol. Ach, die war direkt über mir. Hol sie dir. Räche mich. Los, du bist voll fett aufm Bild. Live bei Youtube. Komm, hol sie dir. Jawoll. Scheißegal. Aber der hier hat mein Red geklaut. Blutrausch. Zeit zum Pilzen. Nein! Die dumme Schildkröte in mein Pilz gerannt, ey. Nein! Was ist das für'n Scheiß? Ich will hier Pilze setzen, ey. Und die versaut's mir. Pilze, Pilze, Pilze. Pilze, 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 Pilze, Pilze. Pilze, Pilze, Pilze. Es ist der Pilze, Flo. Ja, ja, der Pilze, Flo. Ja, Mann. Aber nicht, weil ich's rauch. Im Moment könnte man es aber denken. Nein, bist du irre. Äh. Außerdem raucht man doch keine Pilze, die frisst man. Na, ich wüsste nicht, manche rauchen die Dingo. Ja. Glaube ich. Keine Ahnung, sowas kenn ich mich nicht so aus. Oh, he killed here. Jetzt kommt Heimovic. Ja, he killed here. Die Ash werden sich ein bisschen angestrengter so oder so. Die hätten nicht so geschafft. Na, aber mit dem. Ach so. Denn die Pilze müssen er erst mal reinlatschen. He he. Einmal ist gerade erst mal wieder an meine Falle gelaufen. Genau. Oh, ich glaub der Gnar lacht uns aus. Das find ich aber nicht pultig. Ja, weil er's macht. Das heiss ich warum. Ach so. Weil er sich cool findet. Bin ich etwas schneller an mein Schlaf. Aber ich zeig ihm noch. Pilze, 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 Pilze. Nur ist er weg. Ja, das kann ich den Set auch alleine machen lassen. Brauch ich ihm gar nicht helfen. Ich habe das Werkzeug für den Job. Ich habe das Werkzeug für den Job. Ich habe das Werkzeug für den Job. Oh, dammit. Oh, ich habe ein Problem. Nur weil ich dem Yi den Popo retten wollte. Haben sie mich zu dritt verprügelt. Ja. 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 Pass auf, was ist gleich passiert hier. Wenn der Set ein bisschen gescheit ist, kommt er zu mir. Na, da brauchst du nicht gucken. Den hab ich den Blue. Der Set gegen Yi. Oh. von neid. Krieg ich ihn? Warum krieg ich ihn nicht? Ja, dann das wird es gemacht. Ich weiß auch nicht, was der gemacht hat. Was für ein Scheiss er? Der steht nicht so auf. Bitte, bitte, bitte. Man verkaufs. jetzt so die kommen da jetzt aber alle zum set wollte ich gerade sagen ja er sind aber auch alle hochgelaufen naja unser nach so es kann jetzt endlich mal in ruhe form ich glaube das ist komisch das geht das hier und sich zu form ja er hat auch die ganze zeit auf der guschen gekriegt von knare na gut und 24 es geht ja nur 31 ich bin einmal gestorben er an der wand nagel was für einer ich bin auch schon zweimal gestorben also ich darf nicht die klappe aufreißen so mitte sollten wir mal gucken jetzt geht es wieder rein wenn großer red ist wieder da hier ja im moment ist ein bisschen schlecht oh gott haben sie mich zerfetzt oder will ich dringend sterben was irgendwas hast du ja alles okay alles okay ich dachte ich kann vielleicht noch einen mit meiner ulti abstauben so deswegen bin ich noch stehen geblieben er ist worden das herzer bei der team wurde keine mannereg rumpen ich kopiere ich nicht keine ahnung schatz ich mir die und machten sie nieder weil das gefilte so hat er hier denke ich auch schlechte chancen aber warum gehen da jetzt schon wieder rein oder okay jetzt weißt warum er hätte auch mal den dings enden lassen können immer top oder mal vor pilze 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 und ich gleich erst mal bot jetzt geht er doch dann gehe ich weiter jungling obwohl es insgesamt noch ziemlich knapp aussieht ne ich meine von den stats her nur von den stats hat sich ein bisschen anders als mit bot so schnell vorbei war ja hat bisschen spaß gemacht ne hr okay oh was auch von top kommt noch Ah, haha. Hat sie den Pilz erwischt. Ah, jetzt läuft die scheiß Schildkröte wieder um meinen Pilz. Haha, er ist in den nächsten Pilz gerannt. Uh, da geht's aber ab. Nee, da spiel ich nicht mit, Junge. Kannst du mal voll knicken. Machen sie, Baron. Ach. Ja, mit dem Level nicht unmöglich. Ja, trotzdem. Oh, das sind ja schon 25 Minuten das Spiel. Ja, ja. Oh, mal Pilze. Hier in die Mitte. Guck in die Mitte. Oh, in meine Falle läuft wieder keiner. Jetzt. Danke. Tchuu, 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 tchuu. Dieses Geräusch von einem Boomerange, Mann. Du musst Acht geben, Pilze haben Abklingzeit. Gefährlich. Oh, ohne Pilze geht gar nicht. Ja. Oh, Nassos geht rein wegen Großer. Oh Gott, ich bin Nassos. Nassos stirbt wegen Großer. Das war aber knapp. Mal finishen, ja. 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 Komm, meiner. Meiner. Meiner, meiner, meiner. Ah, nicht meiner. Ja, das können wir dann nochmal machen, wenn du Bock hast. Ich hab mal richtig Laune hier. Ja, ich find Timo Kate auch, der Timo Kate ist geil. Ja, ich muss weg, ich darf nicht noch einen Fotoer kassieren. Ja, klar. Ich muss nämlich direkt in die Gegner Base. Pilze, 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 Pilze. Hm. Genau, schön gesetzt, dass wir sein schön vorbeilaufen. Ja. Ich meine, ja genau. Wie gut ist das? Haha. So, wo ist denn hier mein Hurricane? Find ich absolut geil auf. Genau. Katelyn? Ich hol's mir auch gleich. Was, Hurricane? Hm. Als Timo? Ja, meinetwegen. Du bist in Polen. Ja? Ja. Ob der dann auch das ganze Gift verteilt? Würde mich mal interessieren. Ja, das wiss ich nicht. Oh. Das wär dann natürlich OP. O. Die hat auch ne Menge Spaß machen. Erstmal buchze ich noch. 27 Minuten. Oh, 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 oh. Ja, da geh' ich aber hinten rum. Uuuuuhuu. Hehehe. Boom, Junge, Pilze. Ja, pass auf, der erste geht gleich. Boom! Pilze. Er schmeißt mit seine Felsbrocken hier um sich. ach jetzt gehen sie alle auf den set pass auf gerade sagen wo ich hab'n voli gefunden oh und ein je und ein mord pilze 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 und mal lieber die mürchen jetzt muss ich aber selber aufpassen hier das geht auch noch ein großer gott ist der durch obwohl der flash der flash so was geht denn jetzt hier kommt noch also ich glaube ich bin es war jetzt aber ein bisschen knapp guck doch was er schreibt der nase ks wieso oder am bob ist ohne mich wäre gestorben ich bin weg ist drauf gehen auf hier nee ich habe kein mann gar nicht und das loll musste jetzt noch schreiben der ist geil der nasus ich rette ihm den popo jetzt könnte man es aber echt mal ich bin gleich frei ich mach grad den tower hier oh gott ich geh drauf was ich dachte ich krieg ne tower aber gut mann wie geil ist das denn entschuldigung ich geh auch ein bisschen weg da kommt der hier schon wieder der mag mich nicht das weiß ich ich habe das werkzeug ich habe das werkzeug gut bleib stehen der heimer hat grad die ulti reingehauen sie hat überhaupt kein damage gemacht oh gott macht er irgendwas falsch was hatten er seit jetzt jetzt jeder aber ab hier 23 8 und kann man leben doch schon mal schlechter ich habe das werkzeug das mal bot gehen das bot den tower weghauen na gut ein verbündeter wurde getötet brauch noch zwei hits ich liebe eine gute verfolgungsjagd vorsicht genau gleich bei dir oh da kommt mehr jo ich hab schon speed buff drinne ich bin zu schnell ich bin zu schnell aber so laufen denn nicht mehr hinterher merkst du ja dass ich keinen bock drauf haben ja verteilsgift schlammisch kaputt er echt geil ja dann würde ich es mir auf jeden fall auch holen gibt es keine diskussion oh ja z macht barren dodo ja darf der auch machen schlammisch kaputt er ja hat er gleich hier ist er ja ja für die zuschauer z solo barren geht also auch easy alle gesehen hab auch ganz schön gefeaterter boy ja ist auch full build ne noch nicht ganz ein item fehlt noch echt was für ein pop ne ist auch full build lass dich nicht eiskalt erwischen oh jetzt wird es wahrscheinlich ein teamfight geben hier juhu gleich mal ein paar pilze die gehen da wieder rein wie die großen ohne dass ich überhaupt nicht da herkomme ich nehme sich eher ne steige ne 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 ich denke dass dinge nicht nach so ist hier ja den unteren dauer genau jetzt geht daran und denkt beide tor ist sehr geil wird ein pfölzer pfölzer m die macht es in augen stadtdorf die übelste rosenkumpel mit mir gespielt haben jetzt gar nicht, aber in beiden Teams aber ist ja auch egal gewonnen ist gewonnen und ich hoffe euch hat es ein wenig gefallen und ich kann euch schon mal versprechen im nächsten Game wird es noch lustiger, also ich hoffe wir sehen uns, bis dann, euer Ram